hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von eurer gameplayerin ja es ist zwar ein bisschen verregnet und am gewittern aber hier ist es wenigstens etwas heller und ich habe noch den spruch von der letzten folge im kopf mit den schweinen die hier in immerfort magier gilde angekommen sind also es tut mir leid aber ich fand die gedanken die die dümmste taktik ist von der ich je gehört habe schweine in die magier gilde zu porten das machen nun versehen herr fällt webel ich sage es euch die lage wird hier von stunde zu stunde schlimmer die regmannen sind schon da unten sie kamen in boten haben den leuchtturm eingenommen und streifen jetzt durch die wälder um unsere verteidigungen auszuspionieren und unsere befehle lauten einfach nur hier still zu sitzen und ihnen dabei zuzuschauen warum greift die nicht an ob man huron hat schon einmal gegen strass noch gekämpft ihren anführer er sagt wir wären zu sehr in der unterzahl und müssten einfach nur abwarten ich sage es mal so der hauptmann hat nicht alle glieder in der kette wir können es nicht riskieren einfach nur abzuwarten wo unsere verteidigung gerade so geschwächt ist gibt es etwas womit ich helfen könnte auf jeden fall und hat der hauptmann zwar befohlen uns zurückzuhalten aber euch nicht und er meinte wir bräuchten mehr hilfe von außen die moral ist seit dem tod von könig eamont ohnehin schon unter aller sau wenn ihr strass noch den kopf abschlagen könnte würde das den leuten neuen mut schenken in ordnung ich bringe euch seinen kopf ich werde euch nicht anlügen meine freundin die lage ist düster der könig und seine erben sind tot und unsere streitkräfte schwer dezimiert überall sind krähen die leute haben die hoffnung verloren bringt strass nochs kopf zu hauptmann huron beim südtor das wird unseren leuten gut gefallen wer herrscht über das königreich der bruder des königs herzog rang schon zumindest fungiert er zur zeit als regent eigentlich hätte königin erzähler den thron besteigen sollen aber sie ist nicht sie selbst das ist nur verständlich wo sie doch ihren mann und ihre kinder verloren hat aber das volk vermisst sich mögen die leute den herzog nicht so würde ich das nicht sagen sie kennen ihn nur einfach nicht rang schon macht das beste aus der situation er unternimmt etwas er war es der hauptmann huron mit der verteidigung der stadt betraut hat aber das versuche ich ihm nicht vorzuwerfen glaubt ihr nicht dass hauptmann huron weiß was er tut ich sollte nicht schlecht über den hauptmann sprechen wahrscheinlich ist er der richtige mann für diesen auftrag er ist ein nord und hat schon vorher gegen direkt mannen gekämpft da die meisten unserer offiziere tot sind hatte der herzog nicht so viel auswahl und wir brauchten ja jemand neues was ist mit dem alten hauptmann der wache geschehen so jarno der arme alte tropf er war die es konnte von prinzessin elara als sie überfallen und getötet wurde jarno wäre besser dran gewesen wenn er damals auch gestorben wäre ich dachte die königin würde ihn hinrichten lassen aber er kam mit einem blauen auge davon woher sind all diese krähen gekommen nur das vergessen weiß wie er das geschafft hat seit könig ehrmund gestorben ist sind sie überall in der stadt aufgetaucht mit ihrem gekrächt sind sie eine echte plage und gruselig noch dazu sie sitzen einfach nur da und starren uns an es ist als ob sie gekommen wären um uns allen beim sterben zuzuschauen ich sehe gerade dahinten gibt es noch eine scherbe erstmal überlegen wie das leuchtende dinge heißt die nehmen wir natürlich mit da hinten stehen auch schon welche aber für unseren auftrag laufen wir damit in die falsche richtung könntest du vielleicht mal das pferd nehmen wenn ich da jetzt schon sich mal drauf gedrückt hat machen wir uns auf den weg ja sehr gut wir müssen erstmal in die stadt wir müssen hier es gibt eine dringende aufgabe für euch lass mich einfach in ruhe ich mache noch bankerei vor vorher ach so ich muss mit dir wo ist denn der kopf moment jetzt bin ich hier verwirrt der kopf ist da unten ja aber ich sollte nur kurz mit dem sprechen glaube ich ich weiß zwar nicht ob ihr die beste zeit gewählt habt um immerfort einen besuch abzustatten aber wenn ihr wisst wie man eine waffe führt dann gehe ich schwer davon aus dass man euch hier wie einen ehrengast empfangen wird bitte entschuldigt mich aber ich muss mich um meine pflichten kümmern könig verharajat hat mich geschickt um zu helfen ah mein wahrer könig ich wusste dass er uns nicht vergessen hat ich bin sicher dass es viele möglichkeiten gibt wie ihr helfen könnt ihr solltet mit herzog renchan sprechen falls ihr das noch nicht getan habt und mit königin erzählers kammerjungfer sie hat einen messer scharfen verstand ich bin jedenfalls froh dass verharajat euch geschickt hat viele hirn immerfort glauben dass der rest des bündnisses uns vergessen hat ja und dann können wir bei ihnen was kaufen das wollen wir jetzt natürlich nicht jetzt muss ich mal eben schauen ich muss jetzt also doch bei den leuten vorbei so ein bisschen weiter wegsetzen weil sonst sehe ich das hier nicht so richtig ich kann gerade nicht es tut mir leid ich muss mal eben zu euren anfang jetzt soll ich schlagen ich habe keine zeit bist du der anführer er lauft schon weg okay freiglinge na gut ich glaube übrigens das eine waren spieler ich dachte der müsste ich auch mit erledigen aber ich glaube es war ein spieler so komm nimm die tomaten noch dann kann ich wieder raus ja dann müssen wir quasi wieder hallo geh doch mal auf dein blödes reit hier mein gott wenn ich das nicht tue dann kann ich gleich nicht reiten das wäre doof weil ich da nicht so schnell an denen vorbeikommen würde und dann wird alles so lange dauern und das wäre blöd dann seid ihr es also die unter diesen horkern für so viel unruhe sorgt ich habe zu meiner zeit selbst mit dem ein oder anderen regmann gerungen und ich ziehe meinen helm vor jedem der sich so auf sich stürzt ich denke nicht dass sie gekommen seid um euch der stadtwache anzuschließen oder nein aber ich habe euch den kopf des anführers der regmann gebracht ihr habt den kopf des alten straßt nox bei schoss knochen kauft doch einer dieser kranken fuhr ihr einen krug mit wenn ihr gerne reikmann in die rübe runter haut dann seid ihr hier genau am richtigen ort gelandet meine freundin habt ihr herzog schon getroffen der herzog wird euch sehen wollen ich könnte mich mit dem herzog treffen gut aber lasst euch zeit gut euch aus ihr habt es euch verdient der herzog wird von euren taten erfahren wollen und ihr könnt ihn im kastell besuchen sobald ihr dazu bereit seid er wird euch großzügig belohnen vielleicht bietet er euch sogar meine stelle an sie gehört euch wenn ihr sie wollt vielen dank ich werde in der borg mit dem herzog sprechen ist das heute ein schwieriges wort die richtung und irgendwo wahrscheinlich direkt drin also in der borg nicht vor der borg alias in der wenn ihr einen augenblick zeit habt würde ich gerne mit euch sprechen bist du die kammers zu hofe entschuldigt die störung aber ich würde gern im namen von königin erzähler mit euch sprechen ich bin ihre kammerjungfer die königin hat von euren jüngsten taten gehört und mich gebeten euch in ihrem namen einen persönlichen auftrag zu erteilen ich dachte dass herzog renn schon das sagen hat das hat er auch die königin hat platz für ihn gemacht aber sie bleibt die rechtmäßige herrscherin des königreichs und ihr volk liegt ihr nach wie vor sehr am herzen selbst jetzt in ihrer trauer kümmert sie sich in der kapelle um verwundete soldaten und flüchtlinge aber sie hat auch andere sorgen worum sorgt sich die königin ehrlich gesagt sorgt sie sich um die verteidigung der stadt aber natürlich kann sie die politik des herzogs nicht öffentlich in frage stellen deshalb hatten wir die hoffnung dass ihr euch diskret umschauen könntet um zu klären ob etwas an den gerüchten dran ist die wir gehört haben was soll ich für euch untersuchen ihre majestät bittet darum dass ihr die verteidigung des osthors inspiziert und beim ehemaligen wachhauptmann sorge arno eine einschätzung zur strategie des herzogs einholt wenn ihr dazu bereit wert würde die königin auch gerne erfahren aus welchen gründen ein flüchtling an den pranger gestellt wurde in ordnung das kann ich übernehmen ich weiß ihre majestät würde sich sehr freuen wenn ihr diese angelegenheit vorrangig behandeln würdet kommt und sprecht mit der königin in der kapelle des heiligen pelin sobald ihr eure untersuchungen abgeschlossen habt falls es irgendwelche probleme gibt sollte sie so schnell wie möglich davon erfahren ist ja kein thema steht ja nur eine horde wild gewordener reichmann vor der tür wo kann ich zur janu finden traurigerweise gehe ich davon aus dass er sich wahrscheinlich in einer taverne aufhält wo er versucht seine sorgen zu ertränken nachdem prinzessin ilara getötet wurde als sie unter seinem schutz stand war die königin selbst um seinen rücktritt er war am boden zerstört warum will die königin ihn jetzt zu rate ziehen sie möchte ihn auf keinen fall wieder einsetzen aber serjanau war über ein jahrzehnt der hauptmann der wache hier in immerfort er war außerdem ein langjähriger freund von könig ehrmund die königin will einfach nur seine einschätzung zur verteidigungslage der stadt hören worauf werde ich denn euren erwartungen nach stoßen wenn wir das wüssten dann müssten wir euch nicht um eure unterstützung bitten letzten endes geht es darum dass die königin sich herzog rang schon deshalb untergeordnet hat weil sie glaubte er würde die stadt besser verteidigen können jetzt will sie einfach nur sicher gehen dass er auch gute arbeit macht gibt es denn einen anlass um zu glauben dass er das nicht tut nur vage gerüchte machen wir uns nichts vor unsere streitkräfte wurden in der letzten schlacht gegen die reitmannen vernichten geschlagen und ohne zweifel ist unsere verteidigungs lage sehr angespannt wir wollen nur sicher gehen dass alles erdenkliche getan wird um die stadt zu schützen warum braucht ihr mich bei alledem da die stadt in einer derart schwierigen lage ist will die königin alle etwaigen kontroversen vermeiden wenn die leute davon erfahren würden dass sie sich nach der verteidigung der stadt erkundigt würde das einen aufschrei auslösen aber wenn ihr die entsprechenden nachforschungen anstellt würde das alles viel diskreter ablaufen wobei ich dazu sagen muss warum würde das einen aufschrei geben moment im ratzahn inspiziert das ost tor ich denke mal im ratzahn ist jetzt der in der kneipe aber das sieht man nicht nach einer kneipe aus ach so das ist der der am pranger steht okay das ist absurd ich habe nichts unrechtes getan und sie wollen mich einfach hier zurücklassen ich würde ja sagen damit ich verrotte aber dazu werde ich gar keine gelegenheit haben sobald die stadt erobert wird rammt mir wer einen speer durch den leib und dann fressen diese verdammten krähen meine leiche die stimme habe ich doch gerade erst gehört warum hat man euch an den pranger gestellt weil ich die wahrheit gesagt habe mehr nicht die kaiserliche armee hat gerade die größte stadt im südlichen bangkorai erobert und nun hört auf meine worte wir sind als nächstes dann ihr könnt ihr das wissen weil ich gerade aus hallins wer komme die kaiserlichen haben die stadt unterwandert und sie über nacht eingenommen sie haben die halbe bevölkerung versklavt sie werden hier das gleiche tun aber als ich das den wachen gesagt habe haben sie mich eingesperrt verdächtig warum hat man euch dafür eingesperrt sie meinten ich würde halbwahrheiten und paranoide wahnvorstellungen verbreiten sie meinten die leute hier hätten schon genug angst vor den regmannen und könnten mein gefasel daher nicht gebrauchen bitte ihr müsst mich hier rausholen ich will nicht als krähenfutter enden ich werde sehen was ich tun kann die wahrheit zum schweigen gebracht wird ist es das volk das in ketten gelegt wird hallöchen krähe die leute blicken voller furcht nach norden dabei dreut der sturm von süden her wie könnt ihr mit mir sprechen wer einen offenen verstand hat hört immer die wahrheit ganz gleich wie finster sie auch sein mag aber stimmt wir haben glaube ich vorher noch nie mit einer krähe gesprochen wenn wir noch einige male machen im let's play versucht ihr mir irgendwas zu sagen nein es wurde schon alles gesagt ich bin zum lauschen hier und zum beobachten wer seid ihr ich bin eine krähe was müsst ihr sonst noch wissen ich glaube dann gibt es wohl nichts mehr zu sagen ich habe da so eine vermutung aber ja jetzt muss ich nur mal eben gucken ja doch bankerei ach so das ist beides gehört das zum gleichen okay ja gut dann gehen wir hier mal eben zum ost tor bzw reiten da mal eben hin ich dachte das eine hat jetzt nein hier drüben nein geh weg weg äh das ost tor sollte doch eigentlich unten sein oder nicht wo bin ich denn jetzt hier ach so das ist gar nicht das ost tor es ist die kneipe natürlich bin zur falschen seite ich muss euch warnen ich bin nicht gut gelaufen macht nix ich will auch nicht mit dir sprechen wer seid ihr könnt ihr nicht sehen dass ich mir in guter gesellschaft einen kleinen schluck genehmige man sollte sich besser an die krähen gewöhnen sie werden nicht mehr von hier verschwinden wenn jemand von hier verschwindet dann werden wir es sein und nicht sie kenne ich den nicht aus glenumbra ähm glaubt ihr nicht dass die stadt sich selbst verteidigen kann mit 15 wachen und ein paar köchern voller pfeile auf keinen fall alle sind tot der könig der prinz die ritter und die soldaten die sache ist so gut wie erledigt und es sind nur noch ein paar nachzügler übrig wisst ihr von wem ich da rede von euch und mir von uns rede ich da denkt ihr der herzog macht seine sache gut ronchon sicher wenigstens ist er kein träumer er weiß dass wir nicht einen einzigen tag durchhalten können wenn wir keine hilfe von außen kriegen offenkundig scheint schuren der neue hauptmann der wache keine hilfe zu wollen dieser streuch hat ein angebot der krieger gelde abgelehnt er hat ein angebot abgelehnt hilfe bei der verteidigung der stadt zu bekommen ja genau schuren sagte er würde andere möglichkeiten ausloten ich weiß nicht was diese möglichkeiten sein sollten aber ich bekomme hier unten nicht viel mit sag mal warum fragt ihr nicht die krähe ich würde schwören dass das vieh spricht wahrscheinlich weiß sie mehr als wir mehr als ich in jedem fall ich lasse euch da mal weiter trinken und rede mal mit der krähe ich wusste dass wir baron montclair niemals hätten trauen dürfen danke für die rettung der stadt ja kein thema war zwar eine komplett andere stadt aber ähm so dann haben wir zwei sachen sprecht mit der krähe die ist jetzt wieder geradeaus wie lange dauert das bis die auf ihr pferd aufsetzt heute was ist denn das ähm das war jetzt doch das falsche oder kiste die verteidigungslinien am ost tor sind zwar alles andere als beeindruckend aber angesichts der herrschenden umstände gut organisiert es gibt jedoch einige verdächtig aussehende kisten die kisten scheinen mit frischem proviant waffen und rüstungen gefüllt zu sein die kisten tragen stempel die sie als fracht von einem schiff namens königin des josei ausweisen davon werde ich der königin berichten müssen neuer tant aber die kiste wurde noch nicht geöffnet noch ist nicht die zeit für geschenke große geschenke erscheinen einem oft als überraschung doch manchmal muss die überraschung verdorben werden wisst ihr etwas darüber ich weiß was ich sehe aber ich bin nicht diejenige die es wissen muss das seid ihr könnt ihr mir dann also sagen was ihr wisst ich weiß dass das hier eine verzweifelte stadt in einer verzweifelten lage ist doch die stadt braucht ein ganz anderes geschenk ich werde eure worte bedenken ich habe gar nicht verstanden was sie damit meinte aber egal ich sehe gerade hier ist noch der wegschrein nicht freigelegt den machen wir natürlich erstmal so dann sprecht mit der krähe im gasthof achso das war eine andere krähe ich dachte das wäre jetzt die gleiche die hier rüber geflogen ist aber klar sind natürlich viele krähen hier hat er ja gesagt ja ich meine die krähe im gasthof okay hm achso da hinten ja hallöchen wie bist du denn hier reingekommen wenn es an der spitze von türmen kein wissen zu finden gibt dann sucht man am boden einer flasche danach wie seid ihr hier reingekommen von hoch oben kann man sich einen besseren überblick verschaffen aber man muss tief hinab um zu sehen was sich in den schatten verbirgt was verbirgt sich denn im schatten das licht verbirgt sich in den schatten doch nur dort kann es seine geheimnisse offenbaren welche geheimnisse ein verratenes geheimnis ist kein geheimnis doch jedes wissen hat seine zeit ich schätze da muss ich wohl warten und wir sind immer noch genauso schlau wie vorher ja also ich kann euch schon mal sagen immer wenn die krähen irgendwo auftauchen dann wird es total undurchsichtig und man versteht kein wort mehr jetzt ist doch wahrscheinlich die hallo ah jetzt so viel leid so viel tot wie mein mann und meine kinder gab diese soldat in ihr leben für immer fort ich wünschte ich könnte ihr mehr trost bieten doch ich kann nur mit ihr zu den göttern bieten an deren gnade ich zu zweifeln begonnen habe mein herzlichstes beileid eure majestät viele andere erleiden ähnliche verluste ich verdiene nicht mehr mitleid als sie doch das wissen dass sie meine trauer teilen ist für wahr in großer trost ihr seid aber nicht hier um zu trauern gibt es offizielle angelegenheiten um die ich mich kümmern muss eure kammerjungfahrt mich darum gebeten dass ich euch bericht erstatte oh sicher klarika hat es mir erzählt ich hoffe ihr vergebt ihr ihre absichten sind gut doch sie hat euch in die irre geführt diese bitte wurde nicht auf mein geheiß hin an euch herangetragen sie scheint meine entscheidung fürs erste herzog rang schon die führung aller staatsgeschäfte zu überlassen nicht akzeptieren zu können ihr wollt also nicht wissen was ich herausgefunden habe schon aber nicht jetzt ich hoffe ihr zeigt verständnis dafür der verlust meiner familie ich brauche einfach zeit und ich glaube so diene ich meinem volk zurzeit am besten doch falls ihr bedenken wegen der sicherheit habt dann solltet ihr sie unbedingt dem herzog schildern wie ihr wünscht eure majestät danke dass ihr meine wünsche respektiert vielleicht könnt ihr klarika überzeugen dasselbe zu tun sie ist schon wieder unterwegs und untersucht irgendein schiff an den docks mit derlei angelegenheiten ist nun der herzog betraut und er hat meine unterstützung er wird eure hilfe allerdings zu schätzen wissen dann werde ich sofort mit dem herzog sprechen gehen so halt was ich eben vergessen habe nein stehlen wollte ich nicht vor allen dingen nicht wenn hier leute stehen ich wollte doch nur die bücher lesen ähm moment sie ist da unten rechts das heißt oder in dem fall oben rechts steht die da noch vor ne die steht jetzt da drin achso ja ne quatsch denkfehler wir müssen hier mit dem herzog sprechen und nicht mit der kammer das ist eine enorme erleichterung churon verschafft uns etwas luft aber das bedeutet nicht dass wir uns auf unseren lorbeeren ausruhen können ich weiß es war nur ein sieg eure hoheit aber ich hoffe dass es ein gutes omen für die zukunft ist das hoffe ich auch aber dafür werden wir beide noch eine menge tun müssen und das erledigt sich nicht von allein wegtreten hauptmann ja lauf doch einfach durch mich durch du voll forsten aha ihr müsst die helden sein von deren tapferen taten hauptmann churon gerade erzählte die rückeroberung des leuchtturms mag sich wie eine kleinigkeit anhören aber in solchen zeiten ist es eine große hilfe ich muss sagen ihr seht wie jemand aus von dem ich bereits eine menge gehört habe darf ich fragen wie ihr heißt natürlich euer hoheit mein name ist gameplayerin wie ich es erwartete euer ruf eilt euch voraus ihr seid in den königreichen des deutschsturz bündnisses zu so etwas wie einer legende geworden ihr seid in immerfort selbstverständlich willkommen die sind schlimme zeiten habt ihr schon viel von der stadt gesehen ja und ich habe einige dinge erfahren über die ich im namen der königin bericht erstatten soll tatsächlich dann nur heraus damit sagt mir was ihr in erfahrung gebracht habt ich kann diesen namen nicht aussprechen hauptmann churon keine ahnung hat ein angebot der kriege gilde abgelehnt ah ja darüber weiß ich sehr wohl bescheid es ist bedauerlich aber die bedingungen die die gilde gestellt hat zeugten regelrecht von habgier außerdem ist die zahl der söldner die sie hätte aufbringen können nahezu völlig vernachlässigbar gewesen es hat sich einfach nicht gelohnt die wachen haben einen flüchtling an den pranger gestellt weil er über die kaiserlichen sprach ich habe unsere tore für flüchtlinge geöffnet aber es gibt grenzen und dieser mann war vollkommen wahnsinnig er stand vor dem kastell herum und schrie immerzu wir würden alle sterben die leute von immerfort haben schon genug angst wir können uns derartigen unsinn nicht erlauben es liegen kisten mit waffen und vorräten am ost tor die sind euch aufgefallen ihr seid sehr scharfsinnig die wahrheit ist dass wir einen verbündeten gefunden haben um die stadt zu verteidigen ich bin allerdings noch nicht bereit diese nachricht öffentlich zu machen die kisten waren mit königin des jules see beschriftet ja das ist das schiff das die vorräte transportiert hat zurzeit werden sogar noch weitere vorräte abgeladen bitte zeigt noch etwas geduld zur rechten zeit werde ich euch alle einzelheiten wissen lassen fürs erste müsst ihr euch jedoch von diesem schiff fernhalten der zutritt zu ihm ist verboten mhm das ist dann alles was ich zu berichten habe hört zu ich merke schon dass ihr neugierig seid und ich weiß dass eure absichten gut sind aber ich kann es nicht riskieren all meine pläne jetzt schon zu enthüllen vielleicht nur so viel ich habe einen weg gefunden um die stadt vor den regmannen zu beschützen und das ist es was zählt macht ihr euch sorgen dass die leute zweifel an eurem plan anmelden könnten ich bin sicher ihr versteht dass ich wegen des ansturms der regmannen schwer beschäftigt bin ich möchte auf keinen fall unhöflich erscheinen aber ich muss los kommt ein anderes mal wieder und ich werde mich bemühen um alle eure fragen zu beantworten ich kann der stadt nicht helfen wenn ihr mir nicht sagt was ihr vorhabt in ordnung wenn ihr nicht davon zu überzeugen seid diese sache auf sich beruhen zu lassen ihr müsst das verstehen verzweifelte zeiten erfordern verzweifelte maßnahmen wenn die regmannen diese stadt einnehmen töten sie hier alle männer frauen und kinder alles wäre besser als das wie sieht die eure alternative aus hört mich an vor einigen wochen haben mir kaiserliche diplomaten ein angebot unterbreitet sie haben eine abmachung mit dem reg wenn wir die stadt in kaiserliche hand übergeben können die regmannen nicht angreifen dann werden wir nicht nur überleben sondern uns auch ein beträchtliches maß an unabhängigkeit bewahren ihr glaubt dass ihr den kaiserlichen trauen könnt wir haben keine andere wahl und das gilt im augenblick auch für euch es werden bereits entsprechende schritte unternommen und es gibt nichts was ihr tun könnt um uns aufzuhalten ihr habt nicht einmal irgendwelche beweise um alarm schlagen zu können auf dem schiff gibt es aber beweise oder wie ich schon sagte ist der zutritt zur königin des buhlsee für alle außer der mannschaft und der stadtwache verboten ihr habt mir keinen grund gegeben euch zu vertrauen und deshalb werde ich derzeit auch nicht mehr sagen ja der hat schon genug gesagt dann untersuchen wir nochmal schnell das schiff das ist oben im norden nein die gilde braucht mich nicht die gilde kann gerne mit mir zusammenarbeiten wenn ich bankurai durchgearbeitet habe dann werde ich die gilden machen keine sorge da müssen wir rauf also bitte erstmal deutsch lernen ja richtige grammatik ich bin auf dem schiff und ich schleiche nicht um das schiff herum ein komisches boot auf dem komische dinge vor sich gehen ich würde auch gern sehen was im laderaum ist habt ihr einen schlüssel die krähe ist auf dem schiff aber die mannschaft ist an land im süden bei der stadtmauer da trägt einer den schlüssel zum öffnen der tür bei sich aber nähert euch ihm nur vorsichtig betrunkene seeleute können garstig sein ich werde mir einen schlüssel von einem der leute aus der mannschaft besorgen na gut das ist noch ein ganzes stück weiter da unten ich bin direkt hinter euch partnerin das ist schön klingt auch ein bisschen pervers irgendwie moment irgendwo hier muss das sein kann ja nicht da drin sein oder was zeigt er mir denn jetzt hier an das ist also laut dem ding ist das hier unten spring jetzt einfach mal da runter so so und nun wo sind jetzt hier die betrunkenen seeleute jetzt ist das wieder hä ach so es gefällt mir gar nicht wenn leute herum von den seiten ja ja toll hätte man das nicht vorher sagen können es tut mir leid dass die leute gerade tot sind aber ihr müsst von denen einen schlüssel holen also bitte wartet mal eben oh da wird man ja bekloppt bei ich denke das zeigt er jetzt irgendwie wieder falsch an oder so 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 krächen lass uns mal in den laderaum gehen hm genau nichts ist sicher bis es geschieht ich finde das gut dass hier wir müssen aber gar nicht dahin wir müssen auf die andere Seite wir nehmen einfach mal alles mit eigentlich gehört das ja der Mannschaft und euch ne ja hallöchen ich kenn' wir doch ich glaube ich habe unsere Aufgaben falsch verteilt ich hätte selbst am Pranger nachsehen und euch zum Schiff schicken sollen ja ich glaub das wär besser gewesen was ist geschehen ich hätte nicht alleine hier rauskommen sollen aber ich hatte so ein Gefühl dass der Herzog schlechte Entscheidungen fällt natürlich wäre es eine krasse Untertreibung das hier nur eine schlechte Entscheidung zu nennen wenn wir nichts unternehmen wird er die Stadt an die Kaiserlichen ausliefern wie sehen eure Vorschläge aus die Königin wird das Kommando übernehmen müssen wenn sie das nicht wieder zur Vernunft bringt dann weiß ich nicht was das sonst schaffen sollte aber wir brauchen Beweise könnt ihr mich losbinden und euch dann umschauen nach irgendetwas das beweist was sie vorhaben ich treffe euch an den Docks in Ordnung hier bitte sehr ich treffe euch draußen dann auf auf kleine Zuhofe wo soll ich mich umschauen das ist jetzt die Frage wahrscheinlich vorne wo die Leute eben standen hier ist die Sehne gerissen was für ein Pech auch Partyspringung Hauptmann Sipios es ist von äußerster Wichtigkeit dass die Eroberung von Immerfort mit äußerster Sorgfalt durchgeführt wird der Herzog und seine Wachen werden euch dabei helfen eure Waffen und Rüstungen in versiegelten Kisten zu verstauen und diese an strategischen Punkten innerhalb der Stadt zu platzieren eure Männer sollten sich dann in ziviler Bekleidung in der Stadt verteilen und möglichst viele Bürger rekrutieren zur vereinbarten Zeit sollten sich eure Männer und ihre Rekruten bei den Waffenlagern treffen sich ausrüsten und dann die Kontrolle über die Stadt übernehmen alle die sich ergeben sollten verschont werden wir können immer neue Sklaven gebrauchen versagt nicht Magnus-General-Septima-Tan Nein, nicht hüpfen geh raus hier Tan Okay Das nehmen wir nochmal schnell mit Was haben die denn je gemacht? Waffen geschmiedet oder was? Messer verkloppt? So, wo ist sie? Sie wollte irgendwo hier in den Docks warten Könnt ihr nicht sehen Dass sie schon wieder irgendwo gefesselt rumliegt Alter Ihr seid nur eine Winzigkeit zu spät Der Kapitän hat das Schiff verlassen und ist in diese Gasse nach Süden gegangen Sie sah aus, als hätte sie es eilig Aber was habt ihr gefunden? Etwas das mir über ihre Pläne verrät? Kaiserliche Spione haben die Stadt infiltriert Diese fetten Bastarde Ich wusste, dass dieses Schiff mehr als nur Vorräte dabei hatte Wir müssen schnell handeln Könnt ihr dem Kapitän folgen und herausfinden, was er vorhat? Bringt die Beweise dafür danach zur Königin Wenn sie das nicht wachrüttelt, wird nichts es schaffen Das kann ich übernehmen Was habt ihr vor? Ich gehe Sir Jarnot und alle anderen Wachen suchen, die uns noch die Treue erhalten Trefft mich vor dem Gasthof, sobald ihr der Königin Bescheid gegeben habt Ich werde so schnell wie möglich dort sein Ähm Äh Eure Sachen sind entladen und ich möchte meine Bezahlung Ich hoffe, dass ihr das nicht noch bereut, Chiron Wenn ich das noch bereue, dann bin ich wahrscheinlich ohnehin tot Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht, Kapitän Hier ist eure Bezahlung Danke Wann schlagt ihr und eure Verbündeten denn jetzt zu? Ich möchte sicher gehen, dass ich dann längst weit weg von hier bin Wir werden alle in ein paar Stunden am Waffenlager in der Südgasse bewaffnen Ich würde an eurer Stelle sofort in See stechen Mögen kühnes Winde euch Holz sein, Kapitän Okay, sprecht mit der Königin Ich eile, ich fliege Ich sollte vielleicht doch lieber reiten Ja Es sieht dann eigentlich immer so kurz aus, aber die Wege sind dann doch was länger Ich muss hier durch, geh weg da Meine Königin Also, nicht meine Ja, ja, ist ja gut Königin Ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass ich euch wiedersehen würde Sagt mir Steckt Klarica schon wieder in Schwierigkeiten? Oder hat der Herzog es nicht gut aufgenommen, dass ihr seine Entscheidungen anzweifelt? Der Herzog übergibt die Stadt in kaiserliche Hand Oh, bitte Ihr erwartet doch nicht wirklich, dass ich das glaube Greift Klarica jetzt schon darauf zurück, mich zu belügen? Das ist ein Scherz, oder? An so etwas würde Herzog Ronchon doch nicht einmal im Traum denken Diese kaiserlichen Befehle beweisen das Ich... Ich kann nicht glauben, was ich da lese Wie konnte Ronchon nur so ein Narr sein? Hat er die Verteidigung des Königreichs aufgegeben und beschlossen, das kleinere der beiden übel zu wählen? Das ist reiner Irrsinn Also wusstet ihr nichts hierüber? Natürlich nicht Obwohl mich deshalb kaum weniger Schuld trifft Ich bin es, die diesem Narren vertraut hat Er ist offenbar nichts als ein verdammter Feigling Wisst ihr, Eamond hat mir schon davon erzählt, wie naiv Ronchon ist Dafür habt ihr mir nun den endgültigen Beweis geliefert Und wir erhalten eine leichte, intrikate Scherbe Also einen Gürtel Wenn die kaiserlichen Bankorei einnehmen, wäre das ein tödlicher Schlag für das Bündnis Wir dürfen nicht zulassen, dass Ronchon das tut Verdammt! Er lässt mir keine andere Wahl, als mir meinen Thron zurückzuholen Ich weiß, dass Clarika sich freuen wird, das zu hören Wo ist sie eigentlich? Sie ist losgegangen, um Sir Jeannot und alle Wachen zu finden, die uns noch die Treue halten Kluges Mädchen Das war sie schon immer Ich schätze, ich hätte auf sie hören sollen Nun gut, wir müssen diese Sache ruhig angehen Die Stadt hat schon genug gelitten Wir wollen keinen offenen Kampf in den Straßen Wir müssen uns die Zeit nehmen, um alles richtig zu machen Wie viel Zeit haben wir? Kaiserliche Spione werben Bürger an und werden schon in ein paar Stunden zuschlagen Bei den Göttern So viel zu diesem Vorgehen Dann müsst ihr diese Spione eben sofort ausmerzen Aber ohne Waffengewalt Das würde nur eine Panik auslösen und das wollen wir nicht Sucht Clarika und Sir Jeannot und findet eine andere Lösung Dann werde ich nun also Clarika und Sir Jeannot suchen gehen Trefft mich im Kastell, sobald ihr für die Sicherheit der Stadt gesorgt habt Dann kümmern wir uns um Herzog Ronchon Dieser arme Thor ist sich vielleicht noch nicht einmal im Klaren darüber, dass er Verrat begangen hat Mögen die Götter euch behüten, meine tapfere Freundin Sollten wir Ronchon nicht zuerst zur Rede stellen? Nein, er soll erst dabei zusehen, wie sein feiger, kleiner Plan in sich zusammenfällt Ich will ihn vollkommen am Boden sehen, bevor wir ihn stellen Ich möchte außerdem noch genau darüber nachdenken, was ich ihm sagen werde Es muss richtig gut sein, wisst ihr Ja, leider weiß ich nicht, wie lange das Ganze jetzt hier noch dauert Und ich habe vorhin gesehen, dass jetzt noch eine Wartung kommt Es war zwar kein Hinweis hier drin, aber zumindest im Forum ist der Hinweis gewesen Dass heute eine Wartung stattfinden soll und die wäre in knapp einer Viertelstunde Ich weiß nicht, wie lange das Ganze noch geht Deswegen würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen Und den Rest dann in der nächsten Folge sehen Bis dann! Ciao! Vielen Dank für Dein Like! Wenn Du mehr davon sehen möchtest, dann darfst Du mich auch gerne abonnieren Dann gebe ich das im Moment Ich lege die Bank von der Leinen Dann bin ich aber gerne auf dem Thema Lund, wie lange man das Ganze